Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Rund 150 arabische Christen haben am Sonntag vor der Vertretung der Europäischen Union in Tel Aviv gegen Christenverfolgung in Nahost demonstriert. Der EU werfen diese Araber Passivität vor. Ihre Glaubensgeschwister in Nahost litten unter Verfolgung und Ausgrenzung. Die westlichen Länder müssten eingreifen, forderten die Christen. Außerdem messe die EU im Blick auf Israel mit zweierlei Maß. Der jüdische Staat sei der einzige Staat im Nahen Osten, in dem Christen frei ihren Glauben ausüben könnten. Der israelische Wasser- und Energieminister Shalom sieht sich mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert. Die Beschuldigung durch eine ehemalige Mitarbeiterin bezieht sich auf einen Vorfall, der sich vor 15 Jahren zugetragen haben soll. Damals war Shalom Technologieminister. Der Likud-Politiker weist die Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine vorläufige Untersuchung eingeleitet, um die Glaubwürdigkeit der Anschuldigung zu prüfen, die ausgerechnet in einer Zeit auftaucht, in der sich das Volk auf die Wahl eines neuen Staatspräsidenten vorbereitet. Shalom gilt derzeit als aussichtsreicher Kandidat. Vertreter der Europäischen Union und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF haben im Gazastreifen den Grundstein für eine Meerwasserentsalzungsanlage gelegt. Der Vertrag über den Bau der Anlage war bereits vor drei Jahren unterzeichnet worden. Für das Projekt hat die EU rund 10 Millionen Euro vorgesehen. Der Bau soll 2015 abgeschlossen sein. Rund 75.000 Menschen in Khan Yunis und Rafah sollen über die Entsalzungsanlage mit Trinkwasser versorgt werden. Die Europäische Union ist bereit, palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, wenn sie auf ihr sogenanntes Rückkehrrecht verzichten. Das sagte der EU-Botschafter in Israel, Farborg Andersen, am vergangenen Montag. Im Falle eines Friedensabkommens mit Israel bietet die EU außerdem sowohl Israelis als auch Palästinensern eine privilegierte Partnerschaft an. Israelische Diplomaten bezeichneten das Angebot als zu vage und bedeutungslos. Sie wiesen die Idee auch unter dem Vorbehalt zurück, dass die Palästinenser wohl nicht bereit seien, diesen Vorschlag zu akzeptieren. Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel haben die Mitarbeiter des Außenministeriums einen Generalstreik beschlossen. Damit stellten israelische Vertretungen weltweit ihre Dienste ein. Das Personal fordert höhere Gehälter. Von den bisherigen Streiks waren nur die Regierung betroffen. Sie musste die Auslandsreisen des Premierministers selbst organisieren. Nun fallen Staatsbesuche aus. Selbst die für Mai geplante Visite des Papstes in Israel ist in Gefahr. Der Streik betrifft nunmehr nicht nur Politiker, sondern auch israelische Bürger im Ausland. Sie können etwa für verlorene Ausweise keinen Ersatz beantragen. Außenminister Liebermann nannte den Streik verantwortungslos. Der Protest habe keinen Zweck und schade den Mitarbeitern, die das Vertrauen der israelischen Öffentlichkeit verloren hätten. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.